Es ist Zeit für American Football, es ist Zeit für Win Today Football O'Clock und es ist vor allem Zeit für Win Today Football O'Clock on Tour. Live ist es immer noch ein klein wenig besser, nämlich live aus dem brandneuen American Football Zentrum in Salzburg. Und es kann eigentlich niemand Besseren geben an dieser Stelle, der das eröffnet, als den Head-Coach des amtierenden Europameisters im Tackle-Football. Sage ich bewusst dazu, weil wir heute auch noch einen Ausflug in Richtung Flag-Football machen werden. Aber Max Sommer, es ist immer wieder schön, dich hier zu haben, auch deine Coaching-Expertisen zu bekommen. Und das wird langsam schon zu gewohnen. Ich glaube, das ist unser viertes gemeinsames Mal am Podium hier. Wie geht es dir? Mir geht es ausgezeichnet, ein bisschen erschöpft vom Trainingslager, das wir gerade absolvieren. Und ich bin aber super happy, wieder hier zu sein. Und ja, wie du sagst, es ist jetzt schon nicht mehr das erste Mal bei dir und immer wieder schön, in deinem Podcast zu sein. Ehrt uns, ehrt mich natürlich sehr. Wir sind in Salzburg im Herzen Österreichs, im American Football Zentrum Salzburg, dem Dachs Pond, wie es auch bezeichnet wird. Ihr habt hier das Nationalteam Camp auch veranstaltet. Morgen findet dann der Game Day Presented by Winter Day statt. Da geht es gegen Team Serbien. Das, was hinter uns, um uns herum ist, dieses Feld, beschreibt das mal. Wie gesagt, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, für mich ist es ein Schmuckkästchen, was hier entstanden ist. Es ist infrastrukturell wahrscheinlich die größte Revolution seit der Ravelinstraße, seit dem Trainingszentrum in Innsbruck. Wie wichtig ist das, was hier ist? Ich glaube wirklich immens wichtig, vor allem dieser Standort Salzburg. Wie du gesagt hast, im Herzen in der Mitte von Österreich, dass hier so ein tolles Trainingszentrum entstanden ist und so eine coole Football-Infrastruktur entstanden ist. Man merkt richtig auch hier, wenn man Tage hier verbringt, ein Trainingslager verbringt, dass gelernt wurde, auch vielleicht aus Vorgängern, die Trainingszentren gebaut haben. Sehr stimmig. Wie du sagst, tolles Feld, tolle Umgebung, tolle Aufenthaltsmöglichkeiten und man fühlt sich superwohl hier. Ich glaube, das ist auch etwas, was man wirklich ganz klar sagen kann. Das ist nicht in jedem Trainingszentrum so, dass du dich auch irgendwie heimisch fühlen kannst und wohlfühlen kannst. Und zusätzlich sind die Rahmenbedingungen 1a. Also was hier geleistet worden ist, das ist wirklich grandios. Und in mehrerlei Hinsicht zahlt sich dann vielleicht ein Salzburg-Besuch aus, wer es eben nicht zum Gehende schafft. Denn wenn diese Folge erscheint, dann ist das schon passiert. Der kann sich hier dann aber auch American Football in der AFL ansehen. Kann man vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass das Nationalteam hier dann auch Spiele absolviert. Und wer sich generell für Football im Großraum Salzburg interessiert, es kann hier auch Football gespielt werden. Ich glaube, die Salzburg-Tags würden sich sehr über Zulauf freuen. Entsprechend das einfach mal versuchen abzuspeichern. Lass uns über dein letztes Jahr sprechen. Diese Reise zum langersehenden Europameistertitel. Dann die Nachricht, dass du Offensive Coordinator der Vienna Vikings, wahrscheinlich der Franchise in Österreich, werden wirst. Diese komplexe Offense dann auch koordinierst in einer langen, langen Saison. Und dann gab es die Nachricht, dass du kürzer treten wirst, das Privatleben auch voranstellst. Und aber trotzdem als Head Coach Team Austria zur Verfügung oder weiterhin zur Verfügung stehen wirst. So ist es richtig. Dieses eine letzte Jahr, und wir haben vor fast wie gesagt einem Jahr in Frankfurt auch schon über den Titel gesprochen und dergleichen. Aber was da dann noch dazugekommen ist, noch passiert ist, wie lässt du das Revue passieren? Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Und eigentlich der erste Meilenstein war schon vor dem EM-Titel mit der Geburt meines ersten Sohnes, knapp vor dem Halbfinale gegen Italien. Das war sein erstes Footballspiel, das Halbfinale gegen Italien von kleinen Anton. Das war für mich, also da irgendwie ist bei mir eine gewisse Kerbe im Leben, eine positive. Dann der Europameistertitel, der nach wie vor sicher die größte sportliche Errungenschaft in meinem Footballleben ist. Und dieses historische Merkmal in der Footballgeschichte errungen zu haben, ist einfach grandios für so viele Generationen davor. Den Auftrag hatten wir. Ich war bei zwei Versuchen dabei, als wir haarscharf dran vorbeigeschlittert sind und Zweiter wurden. Dementsprechend war das oder ist das nach wie vor ein wahnsinnig schönes Gefühl, als Europameister oder über die Europameisterschaft nachzudenken, dass diese Errungenschaft gelungen ist. Und dann das Vikings-Engagement war natürlich footballtechnisch positiv absurd gut. Das Niveau, die Rahmenbedingungen, die Liga, das war wirklich alles für mich Neuland und grandioses Neuland. Das ist genau das Niveau, auf dem ich coachen wollte. Sicher das höchste, auf dem ich jemals gecoacht habe. Und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ja, und dann ist noch ein zweiter, ganz großer Meilenstein dazugekommen. Die Geburt meines zweiten Sohnes. Das heißt, wir haben jetzt zwei Burschen unter zwei Jahren zu Hause. Und jeder, der weiß, was das bedeutet, kann wahrscheinlich gut nachvollziehen, dass ich das ein oder andere Jährchen mehr Zeit zu Hause verbringen werde, damit meine Frau noch länger meine Frau ist. Ich finde es ganz gut, dass der Head Coach von Team Austria auch tatsächlich selber bei der Nachwuchsentwicklung versucht einzugreifen. Also die NFL Draft Class dann 2046. Du weißt das immer besser. Könnte sich in jedem Fall ausgehen. Was ist von diesem EM-Titel übergeblieben? Was hat der auch initiiert, mitunter angetrieben? Boah, übergeblieben ist schwierig. Es ist mehr so ein, also ich merke es auch, wenn ich hier bin, ich bin erleichterter. Ich bin nicht mehr so unter Druck. Ich habe nicht mehr den, also es war ein krampfhaftes Gewinnen für mich, dieses Titels, wirklich auch nervlich beanspruchend für mich, weil ich gewusst habe, dass alles set up ist oder dass wir über die Jahre alles dorthin getrieben haben, dass es jetzt möglich ist und dass wir jetzt zuschlagen müssen und ich sicher nicht noch einmal Jahre darauf warten möchte. Und die Last ist etwas weg und das ist super angenehm für mich als Trainer, das quasi als positiven Rückenwind zu haben. Und ich glaube, unsere ganze Mannschaft spürt das. Und wenn man weiß, wie man Sport betreibt, wenn dieser große Sieg oder dieser große Stein einmal umgefallen ist, dann, wenn man die richtigen Personen am Werk hat, kann es fast nur mehr noch besser werden, weil dieser Druck weg ist und fast noch einmal mehr die Dynamik drinnen ist, das Nächste zu erreichen. Und jetzt haben wir ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, Geschichte zu schreiben und Deutschland zu besiegen. Das wird der nächste große Schritt sein. Dementsprechend hat es viel geöffnet. Ein wunderschöner Championship Ring ist bei mir am Schreibtisch, den ich mir gern täglich anschaue, wenn es ist, weil er halt dort steht auf meinem Schreibtisch. Und ja, es ist Erleichterung übergeblieben. Ich möchte zu vielen Themen kommen, die du schon ein klein wenig angeschnitten hast. Aber nachdem wir mit dir an der Spitze weiterhin Kontinuität haben, ist auch ein klein wenig ein Umbruch vollzogen worden. Das hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet. Dadurch, dass Thomas Schnurrer ins Retirement gegangen ist, Louis Horvath, hat die Klitz an den Nagel gehängt. Es gibt einen neuen Starting Quarterback im Nationalteam. Wie viel Umbruch im Vergleich zur Europameister-Mannschaft ist tatsächlich passiert? Ja, also wir haben drei unserer vier Captains verloren ins Retirement. Auch der Alex Turi, unser Starting Quarterback, war ein gewählter Captain der Mannschaft und hat im Finale eine fantastische Partie gespielt, fehlerfrei gespielt. Es ist ein Umbruch, aber es ist ein interessanter Umbruch, denn ein ganz großer Core von Veterans ist noch da. Und dann interessanterweise die nächste Generation, die lässt gerade ein bisschen aus, verschiedene Gründe. Und da drängen jetzt die ganz Jungen nach. Ja, wir vermissen an Thomas Schnurrer, wir vermissen natürlich an Louis Horvath und andere. Aber es sind noch immer wirklich routinierte Nationalteamspieler hier. Auf manchen Positionen, wenn ich an die Linebacker denke oder die Defensive Endposition, ja, da sind wir jung und hungrig und ich sage einmal auch etwas unerfahren. Aber tut uns nicht schlecht. Es ist toll zu sehen, dass gute Qualität nachkommt, exzellente Qualität nachkommt. Wie lange sie noch brauchen, dass sie dann wirklich die Fußstapfen voll gefüllt haben, das werden wir sehen und das treiben wir, das pushen wir. Wir geben ihnen ganz bewusst viel Einsatzzeit, auch in diesen Spielen, wo es uns möglich ist. Das heißt, ein Umbruch, ja, aber jetzt nicht ein total neuer Aufbau. Das möchte ich schon klar sagen. Und es ist auch schon ein Spiel mit dieser neuen Truppe absolviert worden im Rahmen der nächsten Europameisterschaft. Man könnte fast meinen, vor der Europameisterschaft ist, oder nach der Europameisterschaft ist vor der Europameisterschaft. Erklär vielleicht mal den Zuseherinnen und Zuseher und den Hörerinnen und Hörern zu Hause diesen Modus Europameisterschaft. Das ist für einige immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, und das ist eigentlich relativ simpel und eigentlich nach einigen Jahren sich daran gewöhnen. Ein ganz cooler Modus. Und zwar ist es ein zweijähriges Turnier, wo du in Jahr eins deine Vorrunden-Gruppenphase spielst, in vier Gruppen zu je drei Mannschaften, die gerankt sind, vom Vorjahresranking zusammengestellt werden. Und wenn du diese Gruppe gewinnst, also diese zwei Spiele gewinnst und erster dieser Vorrundengruppe bist, hast du dich dafür qualifiziert, um den Europameistertitel im Folgejahr zu spielen, in einem Final-Four-Turnier-Modus. Und entweder es ist ein Turnier an einem Ort oder es ist ein Halbfinale und ein Finale. So wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal in zwei Abständen. Also eigentlich finde ich das einen ganz coolen Modus, wo du im Grunddurchgang ein Heim- und ein Auswärtsspiel fix hast, was auch irgendwie dazugehört zum internationalen Football. Dann qualifizierst du dich hoffentlich für die Top-4-Mannschaften und im Final-Jahr clashen dann diese vier Mannschaften aufeinander. Und so ehrlich muss man auch sein, viel mehr gibt es auch nicht, die sich verdient hätten, um den Europameistertitel wirklich zu spielen. Aber die vier Mannschaften, die spielen dann in diesem zweiten Jahr des Durchgangs auf Augenhöhe. Ich glaube, wir haben das auch gesehen. Ja, wir haben Finnland ganz gut dominiert, aber trotzdem ist es ein Four-Score-Game. Das klingt jetzt, wenn ich mit meinen 28-0, die haben ja gar keine Chance gehabt. Das ist nicht so im Football. Und das war hart erkämpft. Auch Italien hat uns bis ins vierte Viertel Probleme gegeben. Und jetzt mit Deutschland wieder dabei, ist das natürlich für nächstes Jahr ganz eine besondere Entwicklung, insofern wir gegen Serbien gewinnen. Aber davon müssen wir einmal ausgehen, weil das ist ganz klar der Fahrplan. Dieses Spiel gegen Serbien, morgen hier im American Football Zentrum Salzburg, Volgo Daxpond, das ist dann schon der zweite Teil dieses EM-Grunddurchgangs. Der erste, den gab es in Ungarn, gegen Ungarn. Ein deutlicher Sieg, der eingefahren worden ist. Was waren die Learnings aus dieser Partie? Ja, dass wir noch immer ein sehr gutes Football-Team sind, dass trotz der Pause von einem ganzen Jahr wir eine Unit sind, eingespielt sind, so interessant es klingt, schnell zueinander gefunden haben. Die Abläufe waren fantastisch, als wären wir nie weg gewesen. Und wir haben halt schon auf manchen Positionen enorme Qualität. Also unsere Running-Back-Truppe, unsere Receiver-Truppe, unser Defensive-Backfield, wenn sie in voller Kraft dastehen, zählt sicher mit, wenn nicht zu den Besten in Europa. Und das war total spannend zu sehen oder cool zu sehen, wie es von Anfang an geklickt hat. Und das ist nicht üblich in einem Nationalteam, dass du nach einem Drei-Tages-Trainingslager und einem Jahr Pause dich hinstellst und Football sauber spielst. Das ist ja genau die Geschichte. Da muss ich jetzt kurz einmerken, weil im Oktober letzten Jahres ist dieses Finale gespielt worden. Man sieht sich dann de facto fast neun Monate nicht. Was passiert da dazwischen? Wie oft versucht man mit den Units, Positionsgruppen und dergleichen zu arbeiten? Wie oft hat man da auch vielleicht einen digitalen Konvent? Diesmal ganz strategisch bewusst gar nicht. Ich wollte die Europameisterschaft, das Finale stehen lassen und den nächsten Durchgang nicht verwässern. Ich wollte nicht, dass das quasi wie ein Kaugummi ist, der sich aus der Europameisterschaft, Hangover, da weiterzieht, wissend, wie sehr unsere ELF- und AFL-Spieler, wie intensiv sie im Frühjahr Football spielen, wie lang, wie viel. Da wollte ich nicht quasi künstlich eine Aktion reinsetzen, sondern habe gesagt, das gönnen wir uns, das leisten wir uns, eine lange Pause zu machen, um dann wieder hungrig und gierig und neu mit einem neuen Spirit und einem neuen Wind und das Finale, den Titel auch ein bisschen in der Vergangenheit lassend, neu zu starten. Ich glaube, hätten wir gebrückt, also irgendwann im März oder April ein Camp reingesetzt, wären wir Gefahr gelaufen, meiner Meinung nach, dass das so EM-Titel plus gewesen wäre und das wollte ich nicht. Ich habe gewusst, jetzt steht ein neues Ziel vor Augen, das ist Deutschland, ganz klar und dafür hat es auch eine gewisse Zeit gebraucht, um sich neu zu orientieren und neu zu formatieren. Die Coaches, die sind regelmäßig im Austausch, weil das ist eigentlich die Hauptarbeit im Nationalteam, Systeme zu entwickeln, den Kader zu antizipieren, wie er kommt und dann, wenn Trainingslager ist, das hinzustellen und zu sagen, das ist unser Spielplan und genau diese Spielzüge spielen wir. Nimm uns mal mit zur Erstellung auch des Gameplans, das wird dann im Jahr spannend sein. Wir hören heute am Ende dieser Veranstaltung noch von Bernhard Seikowicz, die Arizona Cardinals, die spielen morgen um 19 Uhr gegen die Miami Dolphins und da wird es dann auch viel um Entwicklung von Gameplan und sehr vielen Spezifika dann sicher gehen. Jetzt hast du diesen Gegner vor der Brust mit Team Serbien. Wie viel ist von denen bekannt gewesen? Wie viel hat das, was sie machen, auch tatsächlich Einfluss auf die Entwicklung des Gameplans gehabt? Wie viel war aber auch von dir vorgegeben, so machen wir es, weil das sind unsere Stärken? Ja, also grundsätzlich gebe ich recht wenig vor. Wir haben so gute Koordinator, das ist ein sehr High-Level-konzeptionelles Gespräch, wo wir übereinstimmen, was wir tun wollen, aber Vorgaben, dann im Detail gibt es ganz wenig. Gebe ich einmal meinen Senf dazu und Sie können ihn nehmen oder nicht, wenn es mir, wenn mein Senf zu gut ist, dann drücke ich Ihnen schon aufs Auge, weil dann möchte ich schon, dass das passiert, aber grundsätzlich eine hohe Unabhängigkeit bei unseren Koordinatoren. Serbien, ein spezieller Fall, die haben letztes Wochenende gegen Ungarn gespielt, weil es gibt natürlich auch das andere Spiel, also wir spielen, jeder spielt zweimal, jeder spielt einmal gegeneinander. Da haben wir den Film bekommen, äußerst unterdurchschnittliche Qualität eines Films, gar nicht eigentlich zu glauben, dass man 2024 noch so Football filmen kann, selten, dass mehr als zwölf Spieler der 22 auch wirklich auf Film waren, das heißt, du hast dir dann ausdenken können. Das war Kalkül, ja. Unfassbar. Und wir haben ihre Koordinator recherchiert und deren Vereinssysteme uns angeschaut. Das ist so ein klassischer Weg, um einfach mehr, mehr Raps, mehr Spielzüge zu sehen und dann zu verifizieren, was die Spielsysteme sein sollten. Und Serbien hat tatsächlich mit ihrer, vor allem Anlage in ihrer Defense, die sehr, sehr aggressiv ist, also sehr, ich sage einmal Hopp oder Drop, Harakiri, wie auch immer man das nennen möchte, haben uns doch dazu gebracht, dass wir einige Adjustments machen mussten, rein um den Quarterback so zu beschützen und ihn nicht in Gefahr zu bringen, weil die senden The House, die wollen wirklich kommen und du musst dann halt deine Blockschema da und auch die Grundstruktur deiner Pass Protection anpassen, um deinen Quarterback nicht rein numerisch in Gefahr zu bringen und deshalb hat uns Serbien schon eine Aufgabe gegeben. Jetzt hat Team Austria unter der Woche für große Schlagzeilen gesorgt, weil Sandro Platzkummer seinen Comeback im Nationalteam verkündet hat, dass er wirklich große Wellen geschlagen ist, in wirklich vielen Zeitungen und auch Online-Medien aufgenommen worden. Wenn du jetzt so eine NFL-gestellte Waffe, nenne ich sie jetzt mal, in deinem Arsenal dazu bekommst, was öffnet das im Playbook von Ivan Zivko? Ja, es öffnet vieles. Du hast natürlich einige Ideen schon drinnen, aber wenn du ihn dann wirklich am Feld noch einmal siehst und dir noch einmal so dann überlegst, was man alles machen könnte, dann wird es auf jeden Fall ein lustiger Winter für den Coach Zivko, wo er sich überlegen kann, wie er den Sandro dann auch spezifisch einsetzt. Er kann so gut wie alles mit dem Ball. Man sieht auch, wie technisch sauber er in Amerika geworden ist jetzt in der Zeit bei New York. Also sitzt jeder Schritt, sitzt jede Bewegung. Das ist wirklich sehr cool zu sehen, dass aus diesem Top-Athleten, der immer schon super Football gespielt hat, aber schon über seine Athletik in Europa dominiert hat, jetzt die Tage, die wir ihn gesehen haben, ich glaube, er hat sich als Football enorm entwickelt und das wird super spannend sein, wie wir ihn einsetzen. Schritt 1 war jetzt, ihn einmal zu integrieren ins Team. Berufsbedingt ist er auch einen Tag später ins Camp eingerückt, dementsprechend hat auch Ungarn verpasst, berufsbedingt. Dementsprechend jetzt war es einmal ankommen, ein Gefühl, ein Gespür füreinander zu bekommen, geht es ihm wohl gut, geht es uns gut mit ihm, geht es der Gruppe auch gut, die ja sehr gefestigt ist mit Bonatti, Haselwanda, Vegan und weiteren Namen in der Running Back Gruppe. Das heißt, wir werden jetzt, wir werden ihn natürlich einsetzen, wir wollen ihn natürlich auch loslassen, aber das volle Spektrum am Sandro-Platzgummers-Special werden wir morgen noch nicht sehen. Das ist natürlich bitter, dass er bei der Frankfurt Galaxy mehr als nur Talentproben abgegeben hat, der ist jetzt auch in Deutschland im Begriff, können wir dann nicht irgendwie in diese Partie reingehen und die denken sich, hoppla, wer läuft uns da dann auf einmal um die Ohren? Ich will da auch noch nicht zu weit vorgreifen, aber dieser ganz klare Fokuspunkt Deutschland, dieses große Duell, das man da hofft, vor der Brust dann auch zu haben, das hat ja eine Historie. Ich war selber bei diesen zwei bitteren Niederlagen oder bei zwei bitteren Niederlagen vor Ort, damals 2009 war das glaube ich, 10 in Frankfurt in der Vorrunde, wo es Spitz auf Knopf auch in die andere Richtung hätte gehen können und dann 2014 bei der Europameisterschaft, der Heimeuropameisterschaft. Dieses Duell hat eine Geschichte und das wird nicht unspannender mit dem, was sich in den letzten Jahren im Deutschen Verband getan hat. Das Nationalteam seit eben, glaube ich, 2014 tatsächlich Route ist die eine Geschichte, dass jetzt aber ein gewisser Schuh an Fatah, den hierzulande doch noch die einen oder anderen kennen dürften oder die eine oder andere Person kennen dürfte, da jetzt Headcoach ist, im Brotberuf auch noch Headcoach der Sea Devils, das ist eine andere Geschichte. Wie hast du das verfolgt, was sich die letzten vor allem auch Monate jetzt in Deutschland zugetragen hat? Ja, enorm positiv. Also ich hatte schon Angst gehabt, dass ich alt und grau bin, bevor ich wieder gegen Deutschland spielen kann, wenn sich dort nichts tut. Nein, grau schon, alt noch nicht so. Aber ich bin das natürlich mitverfolgt. Es hat vor Jahren schon ein bisschen aufflackern gegeben mit Jordan Newman. Dann ist die ELF dazugekommen, dann war wieder so Ungewissheit und wie ich dann wirklich die ersten Bilder gesehen habe von Trainingslagern von Deutschland, dass der Coach Fatah dort dann auch wirklich angekommen ist und es in die Hand genommen hat, dort auch Sportdirektor beim AFVD jetzt dann geworden ist und zu sehen, dass es eine ernsthafte Truppe ist, dass die mit allen Namen dort auffahren und trainieren und eine Vorrunde spielen wollen. Ja, das hat mir viel gegeben, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir eine neue Perspektive gegeben und wir haben ganz klar drei Goals auf unserer Wall und das ist Europameister werden, haben wir geschafft. Jetzt steht halt wieder Europameister werden, Titel verteidigen und dann steht sofort Deutschland schlagen dort und der nächste Punkt ist Weltmeister werden und alle drei Punkte sind gleich gewichtet. Ich glaube, dass der Sieg gegen Deutschland für mich emotional mindestens gleichgesetzt sein wird, wenn nicht höher wie der Europameistertitel. Ich habe mein Football-Coaching-Leben im Nationalteam gegen Deutschland gecoacht, große Siege im U19-Bereich gefeiert gegen die St. Brown Brothers, unter anderem in Dresden, gegen Amon Ra und ich glaube Osiris war der zweite, die da für Deutschland gespielt haben im Finale, zweimal verloren, war ich auch bei beiden Spielen im Coaching-Staff und ich möchte das gewinnen und ich möchte das auf einer großen Bühne in einem meaningful Game gewinnen und ich glaube, dann werden die Schuldner noch ein bisschen lockerer hängen. Es ist witzig, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen, während Deutschland gerade mutmaßlich in Richtung Sieg unterwegs ist im zweiten Gruppenspiel seiner Gruppe auch. Wie viele Spione waren beim Großbritannien-Spiel vor ein paar Wochen, wie viele sind auch bei der heutigen Partie im Einsatz oder wird das dann alles retro respektiv oder danach über Tape gelöst? Was ganz gut ist, dass mittlerweile alle Spiele gestreamt werden, das funktioniert mittlerweile, man muss nicht mehr wohin fliegen. Außer die Serben filmen, war aber auch schwierig im Stream, war ähnlich schwierig im Stream nachzuverfolgen. Wir haben uns natürlich das Deutschlandspiel recht gut schon angeschaut und jetzt, wie wir hier sitzen, sitzt die österreichische Nationalmannschaft gerade vor zwei TV-Screens im Hotel und gibt sich das als Mini-Team-Building-Event und will, glaube ich, schon noch ein bisschen sehen, was Deutschland da tut. Also, wir haben alle Augen drauf, ohne dabei die Augen auf uns selbst zu verlieren. Es ist noch weit hin bis zu diesem Spiel, aber natürlich will man schon sehen, wo stehen sie in ihrer Entwicklung und ja, wo stehen wir in unserer Entwicklung und es wird irgendwann zu diesem Clash auf den Titans kommen und das ist unser Ohio State gegen Michigan. Wir müssen es nur hegen und pflegen. Das muss die größte Rivalität in Europa sein und die muss gespielt werden, regelmäßig gespielt werden in meaningful settings, in meaningful games und dann werden wir alle viel Freude, Spaß, Tränen und Träume in diesem Spiel haben. Mir hat mal ein Michigan-Fan erzählt, wie man von Michigan nach Ohio State kommt und er hat gemeint, go south until you smell it and go east until you step in it. Ich weiß nicht, ob die Deutschen und die Österreicher das ähnlich machen, aber weil du gesagt hast, da entsteht was, da tut sich was, soweit du das jetzt schon beurteilen kannst, was ist das für eine deutsche Mannschaft? Wo stehen die und wo liegen da dann vielleicht auch für Team Austria und ich weiß schon, das ist noch vielleicht ein Dreivierteljahr, Jahr weg, aber wo liegen da die Herausforderungen? Weil das ist natürlich ein anderes Kaliber als morgen Team Serbien. Ja, das was ich vorher angesprochen habe, Deutschland hat es geschafft, ihre ELF-Stars zu rekrutieren für dieses Team. Das ist das Who is Who des deutschen Footballs. Diese Namen kennst du eben aus der ELF von oben bis unten. Dementsprechend sind auch wenige Geheimnisse, dass das wahrscheinlich kräftigste, powerfulste Team ist, das es in Europa gibt, weil sie halt dann doch aus einer Menschen- und Spielermenge rekrutieren, die zehnmal so groß ist und auch im Football sind sie insgesamt mindestens zehnmal so viele Footballspieler wie in Österreich und wenn Fatah am Werk ist, dann ist das meistens was ordentliches, weil er tut es nicht, wenn er es nicht ordentlich tut und wenn er es nicht ordentlich tut, dann tut er es nicht mehr lang. Dementsprechend solange er dort am Ruder ist, wird es eine super schlagkräftige deutsche Truppe sein und wir werden alle Hände voll damit zu tun haben, gegen sie zu spielen. Klar ist aber auch, dass wir momentan der Big Dog in Europa und sie sind die, die uns jagen und die Rolle nehmen wir auch gerne an. Ich glaube, ich kann mir kein besseres Statement wünschen am Ende dieses Gesprächs. Erstmal Hausaufgaben erfüllen, Team Serbien und dann freuen wir uns auf diesen großen Showdown und bin mir sicher, dass wir rund um dieses Duell dann auch wieder miteinander sprechen dürfen. Einzweilen danke, dass du hier in Salzburg bei Win Today Footballer Klark und Tour mit dabei warst. Danke dir. Danke vielmals. Der wahrscheinlich größte Erfolg, den eine österreichische Mannschaft auf internationalem Niveau jemals hatte. hat er zu verantworten. Vize-Weltmeister im American Football in der Flag Division beziehungsweise Abteilung. Erstmal herzliche Gratulation Michael Salomon zu diesem Riesenerfolg. Freut mich freut mich aber noch viel mehr, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um hier bei Winter Day Football O'Clock über Flag Football zu plaudern. Ja, hallo, schönen guten Abend. Freut mich dabei zu sein. Michael, wir hätten dich natürlich sehr gerne präsent hier gehabt. In deinem Leben passiert aber extrem viel und dementsprechend haben wir uns für diese Variante entschieden. Hoffe, dass das auch für alle Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer hier passt. Lass uns gleich mal mit diesem Vize-Weltmeister-Titel beginnen. Was hat der verändert? Was hat der bewirkt? Naja, der bewegt natürlich sehr viel auf mehreren Ebenen. Zum einen uns im Team intern gibt er natürlich Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wird uns hoffentlich noch stärker machen in diesem Sinn. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade in der Kombination mit der olympischen Teilnahme in vier Jahren und dann mit der Aufwertung unseres Sports ist natürlich die Mediencoverage extrem gestiegen und das war natürlich ein guter Zeitpunkt hier Vize-Weltmeister zu werden, weil da einfach die Mediencoverage so groß wie diesmal war sie überhaupt noch nie. Also das ging wirklich von Beiträgen und ORF Live-Interviews teilweise. Also da hat sie natürlich auf der Seite schon enorm viel getan, was der Erfolg natürlich mit sich bringt, keine Frage. Ich will das jetzt nicht despektierlich rüberbringen, aber wenn man Football global betrachtet, dann ist es diese alles erdrückende Omnipräsenz der NFL und Flag-Football war schon sehr lange, auch wenn es dann große Proponenten gegeben hat, wie Drew Brees zum Beispiel, der gesagt hat, seine Kinder würde bis 16 ohnehin nur Flag-Football spielen lassen, ist er immer ein klein wenig unter dem Radar gewesen. Als es dann olympisch wurde, gingen bei vielen auf einmal so die Augenbrauen nach oben, hoppla, okay, das muss ja jetzt noch relevanter werden und die NFL hat auch einen massiven Fokus auf Wachstum, Football durch Flag-Football gelegt. Holen wir vielleicht mal ein klein wenig weiter aus, wo warst du oder wie ging es dir, als klar wurde, als bekannt wurde, Flag-Football wird olympisch? Ja, ich habe es dann natürlich auch irgendwo einmal in irgendeiner Headline irgendwo gelesen in irgendeinem Social-Media-Feed, war jetzt insofern für mich persönlich nicht so überraschend, weil natürlich dadurch, dass ich sehr lange im Flag-Football-Football schon drin bin, war das ein bisschen absehbar oder sind ja die Regnahmen schon eingeschlagen worden und das war ja kein Weg von heute auf morgen, dieser olympische Sportart, diese Aufwertung sondern hat die Eiffel natürlich schon seit einigen Jahren viel dazu dafür gemacht, natürlich mit der Hilfe der NFL, da ist natürlich mit viel Geld, da kann man natürlich auch mehr bewirken, aber da hat man natürlich schon seit einigen Jahren versucht und hat dann diesen Beobachterstatus bekommen und hat halt dann einen Schritt nach dem anderen gemacht, aber natürlich dann gibt es in Los Angeles sehr viele andere bekannte Sportarten, die hier auf der Sportliste stehen und dass es dann Flag-Football letztendlich doch geworden ist vor vielen anderen Sportarten, freut uns natürlich besonders, keine Frage. Falls jemand deine Person noch nicht so gut kennen sollte, dann werden wir das auch mit dieser Episode vom Winterday Footballer Clock entsprechend ändern, wie wird man Head Coach im Flag-Football oder vom Flag-Football-Nationalteam, wie war dein Weg in diese Spielart des American Football? Ich habe das eigentlich über die Uni, da gab es einen Kurs, einen Flag-Football-Kurs und ehrlicherweise wusste ich, bevor ich diesen Kurs gemacht habe, überhaupt nicht, was Flag-Football ist. Ich kannte natürlich American Football, Super Bowls geschaut und so weiter, ist jetzt inzwischen schon 20 Jahre her und habe mich da für diesen Kurs eben angemeldet und habe mir gedacht, es wird schon irgendwas mit Football zu tun haben. Das hat mich aber dann eigentlich von der ersten Einheit dort sofort gepackt und fasziniert, vor allem, weil es halt sehr einfach ist zum Spielen, man braucht dann nicht viel und es ist nicht sehr aufwendig und macht einfach immens viel Spaß und dann bin ich da einfach reingekippt, habe dann zu einem Verein gegangen, habe dann viele Jahre gespielt und dann irgendwann einmal natürlich im Freak haben wir jetzt nicht so die Massen an Coaches, also da ist man als Spieler dann teilweise spielender Headcoach auch noch, so bin ich schon als Spieler ins Coaching reingekippt und irgendwann wird man halt dann alt und spielt nicht mehr und dann ist man halt nur mehr Coach und es freut mich natürlich, dass dann Dietmar Furtmeier, der ehemalige Headcoach, ist dann 2019 auf mich zugekommen, hat halt gemeint, das geht sich bei ihm aus diversen Gründen nicht mehr so gut aus oder ich meine, er hat das ewig lang schon gemacht, also irgendwann geht dann ein bisschen die Energie vielleicht verloren und er hat mich dann gefragt, ob ich das machen will und ich habe mir das eigentlich nicht lange überlegen müssen, weil natürlich, wenn man ein Nationalteam trainieren kann, die Chance muss man einfach wahrnehmen. Wie ist die Struktur von Flag-Football, wie ist auch die Interaktion mit Tackle-Football auf Verbands-Ebene, wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wir haben inzwischen in Österreich sehr viele Flag-Teams, wir haben drei Ligen bei den Herren, wir haben eine Damen-Liga, wir haben divers eine Advox-Ligen, das hat sie in den letzten vier, fünf Jahren doch sehr massiv nach oben entwickelt, die Teams und die Spieler, die an Spielerinnen, die das spielen, da kommt natürlich auch kein Verband irgendwo das einmal an, dass das eine wirklich ernstzunehmende Sektion ist und wir kriegen da vom Verband entsprechend auch viel Unterstützung, vor allem im Nationalteam auch, haben wir da wirklich sehr gute Strukturen. Es gibt natürlich immer wieder auch einen Austausch mit Tackle, ich habe mit Max Sommer vor der Saison schon telefoniert und da haben wir auch geschaut, gibt es irgendwo Synergien, wo man vielleicht ansetzen kann. Es hat sich flag, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren so ein bisschen emanzipiert vom Tackle-Football, also man ist da wirklich jetzt als eigenständiger Sportart schon wahrgenommen, aber natürlich gibt es immer wieder Austausch, gibt es Spieler, die beide spielen und ja, also meine Tür war und ist für Tackle immer offen und da gibt es sicher Synergien, die man nützen kann und auch in Zukunft nützen werden. Diese Synergien würden mich interessieren, weil Football ist ja auch deswegen so ein wunderbarer Sport, weil der große lange Lulatsch und der kleine Dicke gleichermaßen und das ist nicht despektierlich gemeint, einen Platz finden. Gibt es einen Body-Type, der im Flag-Football besonders gut funktioniert oder wird das energetisch auch so gearbeitet, dass vielleicht Headcoach Max Sommer sagt, du, ich habe jemanden, der ist vielleicht ein Fringe-Player bei mir im Tackle-Football, aber das wäre ein Difference-Maker bei dir? Ja, natürlich bei uns im Flag ist halt alles auf Speed und Agility also wir haben halt keine Liner oder kein kein echtes Laufspiel also diese großen starken Jungs ist natürlich bei uns schwierig einen Platz zu finden aber gerade bei Skill-Playern DPs in der Tiefense natürlich genauso ist eigentlich genau das, was wir natürlich suchen weil das ist das, wo uns die Amerikaner sicher aktuell noch ein bisschen voraus sind die haben einfach diesen Speed sowohl im High-End also geradeaus als auch lateral links rechts da müssen wir einfach schauen dass wir da das Kepa ein bisschen schließen und natürlich wenn jetzt der Sandro Platz kommen wir morgen nach dem Spiel sagt das mit dem Tackle interessiert ihn nicht mehr nicht mehr und er ruft mich an dann wird man einen Platz für ihn finden oder auch natürlich Big Targets wie ein Programm Bierbaumer ist natürlich auch für einen Flagg-Football Codeback ein easy Target sodass man da sicher Spielertypen gerade in Positionen sicher gut verwenden könnte keine Frage Glaubst du auch dass die Aussicht bei Olympia antreten zu können da dann Potenziale kreieren wird dass die Platzgum aus dieser Welt dass die Bierbaum aus dieser Welt dass vielleicht die Bernhard Seiko Witz von dem werden wir dann im Laufe dieser Folge auch noch hören sagen Olympia das ist ein Lebensabschnittstraum den würde man gerne erfüllen und dass es dir dann diese Humanpotenziale eröffnet Ja ich glaube man sieht es ja an der NFL jetzt ist es natürlich Season aber ich glaube gerade bei der wie das verkündet wurde der LA und am Season Anfang wenn dann Patrick Mahomes oder Tyreek Hill sagen sie wollen der Olympia mitspielen dass das bei uns natürlich auch interessant sein wird und sich Spieler da überlegen werden auch bei uns dann Fuß zu fassen also wie gesagt natürlich ist immer offen wir haben den einen oder anderen Tackle-Spieler schon dabei man muss natürlich beachten dass es eine Transition-Phase geben wird also es ist nicht so dass man da auf dem hohen Niveau wo wir oder die Elite die Amerikaner unterwegs sind dass man dann heute auf morgen ins Nationaldem kommt also so leicht ist es Gott sei Dank für uns nicht aber wie gesagt das Skillset das gerade die Nationalteam-Spieler von Max Sommer auch mitbringen oder auch viele andere Spieler wie du sagst die halt vielleicht an der Grenze sind die haben was gelernt die wissen wie man eine Route läuft und das kann man natürlich im Flag durchaus umsetzen wie gesagt es gibt natürlich Anpassungen die man machen muss aber dafür ist jetzt würde ich sagen noch genug Zeit um das zu schaffen also jeder der interessiert ist kann gerne im Frühjahr mit uns durchstarten Wie sehr hilft es dir wie sehr hilft es dem Sport wie sehr hilft es auch dem Verband dass die NFL als mit Abstand größte Footballentität komplett auf das Flag Football Pferd setzt Ja ich glaube es generiert einfach immense Aufmerksamkeit das ist halt für einen kleinen Sport wie Flag Football wobei in den USA ich habe das noch nie verifiziert ich habe es schon öfter gehört dass es dort sehr viel mehr Flag Football Spieler gibt als als Football Spieler also dort ist es natürlich bekannt aber bei uns ist es natürlich weniger bekannt und in Europa gibt es natürlich NFL und wenn man von der NFL hört da gibt es Flag Football auch noch dann ist das eben für zwei Dinge ist sicher sehr relevant nämlich auf der einen Seite generell für den Markt für die Bekanntheit was natürlich letztlich wieder Sponsoring und Geld bedeutet das natürlich nie verkehrt ist und auf der anderen Seite denkt sich vielleicht einer oder andere der halt am Wochenende NFL Football schaut und halt sich den Aufwand nicht antun will aber sagt hey da gibt es Flag Football das ist leicht zu spielen ich gehe zu einem Verein bei mir in der Nähe schnall mir den Gürtel um bin schon live dabei dass wir da einfach in der Breite noch weiter wachsen und durch die Breite dann natürlich letztendlich auch in der Spitze Qualität zu nehmen und ihr da draußen seid tatsächlich nur eine kleine Google-Suche davon entfernt rauszufinden wo man in eurer Nähe Flag Football spielen kann es wartet tatsächlich Olympia 2028 und darüber hinaus dann vielleicht auch 2032 in Brisbane so weit sind wir natürlich noch nicht man muss ja auch immer wissen wo man herkommt wenn man wohin will und wir kommen aktuell in österreichischer Hinsicht vom Vize Weltmeistertitel möchte ich mit dir dieses Turnier in Lachti in Finnland ein klein wenig Revue passieren lassen nachdem wir jetzt doch ein paar Monate ins Land gegangen sind wie blickst du auf das was dort passiert ist sportlich zurück Ja natürlich immer noch sehr sehr zufrieden und sehr stolz in allen Niederlagen ja als einzige Niederlage hätte natürlich noch ein Stück besser gehen können aber ich würde sagen wenn man sich das ganze Turnier anschaut haben wir einfach Top-Leistung geboten wir haben bekommen in einer Gruppe natürlich aufgrund unserer bisherigen Resultate in den letzten Jahren und mit dem World Ranking an Nummer 4 haben wir natürlich eine gute Auslosung bekommen in der Gruppe wir haben mit der Ukraine und Polen auch zwei Spiele zu Beginn gehabt wo wir einfach gut reingekommen sind wo auch nicht die Probleme oder keine Probleme gehabt haben und die souverän für uns entscheiden konnten wir haben dann aber mit der Schweiz wie sich ja damals herausstellen sollte einen Top-Gegner noch in der Gruppe gehabt das war vorher vielleicht gar nicht so absehbar aber das Ziel das Spiel gegen die Schweiz um den Gruppensieg war doch schwerer als geglaubt wir haben das aber mit einer starken Defense-Leistung für uns dann doch entschieden und dann war es leider aufgrund des eigenwilligen Turniersystems so dass wir keine zwei Stunden oder vielleicht sogar zwei Stunden Zeit hatten uns aufs Achtelfinale vorzubereiten und haben dort die Australier bekommen das war eben sehr kurzfristig die waren zum ersten Mal bei einer WM dabei waren von den Asia Games durchaus stark einzuschätzen und sie haben auch in der Vorrunde haben wir natürlich auch gescoutet was ging sie waren ein taffer Gegner und haben sich da reingehängt aber letztlich haben wir uns dann mit unserer Routine schon deutlich wieder durchgesetzt hinten raus dann das Viertelfinale gegen altbekannte Dänen war leider knapper als wir es uns gewünscht haben vor allem weil wir letztes Jahr bei der Europameisterschaft gegen ein ähnliches dänisches Team also das war sicher eine der besten Leistungen die unter meiner Agide passiert sind die haben auch komplett dominiert Defense wie Offense dieses Jahr war es einfach ja zart will ich sagen bis zuletzt aber haben dann wieder mit starker Defense und dem entscheidenden Offense Place einfach den Sieg geholt stehen wir halt im Halbfinale gegen Mexiko Mexiko mit den USA sicher Top Top Team die man immer auf der Rechnung haben muss aber auch hier haben wir einfach unsere Leistung gezeigt und wir haben gewusst wenn wir unser Spiel spielen und dann unsere Fehler minimieren dann haben wir da auch eine Chance und so ging es eben hin und her Offense hat uns da super Punkte aufs Ball hat gebracht hat uns in Führung gebracht am letzten Drive die letzten zwei Minuten und die Mexikaner sind zwar ein bisschen nach unten marschiert haben dann aus meiner Sicht etwas überheblicher einen Down verschwendet und haben dann den vierten einfach ab oder hin zu nicht reingemacht weil unsere Defense einfach sehr stark ist und ja die haben sich sicher mehr erwartet aber wir haben unsere Leistung einfach abgerufen und ja dann im Finale gegen die USA ist natürlich ein Highlight für alle Spieler für uns Coaches für den gesamten Start und wir haben natürlich bestmöglich versucht hier ein Gameplay zu entwickeln und wissen dass natürlich man braucht ein perfektes Spiel man braucht ein bisschen Glück und es hat einiges oder fast alles für uns laufen und es war halt dann leider Ende der ersten Halbzeit ja ist uns irgendwo der Faden gerissen und ja das holt man halt dann nicht mehr auf weil die einfach so in Fahrt sind dass es da schwer ist und ich würde meinen ich bin jetzt eben schon länger dabei aber es war mit Sicherheit aus meiner Sicht das beste Team das beste US-Team das wir bei einer WM je gesehen haben also das ist keine Schande für Österreich glaube ich wenn man da dann ja nicht nicht gewinnen kann ja absolut ganz im Gegenteil das ist ein massiver Erfolg und vielleicht ist da auch nochmal ein kleiner Applaus von Nöten was sich da im Tackle-Football getan hat Tackle-Football Flag-Football pardon ich habe nämlich auch was gelesen das war auf der Verbandsseite des Deutschen Verbandes auf afvd.de da ging es um den Rücktritt von Florian Bärenberg den kenne ich sehr gut weil ich auch bei der Sonne das große Vergnügen immer wieder habe mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und in dem Artikel zu seinem Rücktritt hieß es und das muss ich kurz zitieren noch im letzten Sommer hatte Bärenberg Team Germany bei der Flag-Europameisterschaft in Limerick Irland zum Europameistertitel geführt Bärenberg erkannte bereits in Finnland selbstkritisch dass sich die anderen Teams seit der EM deutlich weiterentwickelt hätten während Team Germany in seiner Entwicklung keine Fortschritte gemacht hat also das ist prinzipiell mal Rosenstreuen allen anderen gegenüber diese massive Weiterentwicklung von Team Austria wo ist die passiert wie ist die passiert ja wie ich schon vorher gesagt habe ich glaube wir machen einfach seit vielen Jahren kleine immer wieder kleine Anpassungen kleine Schritte wir sehen was funktioniert was funktioniert nicht und das was nicht funktioniert das versuchen wir einfach besser zu machen da haben wir wie gesagt im Verband mit einem Sportdirektor Andi Pröll auch wirklich einen Mann der der ein bisschen näher ist und uns da wirklich Möglichkeiten gibt ich würde sagen wir bauen einfach auf unseren Stärken immer weiter auf und unsere Stärke sicher der Teamzusammenhalt wie wir vorher schon gesagt haben wir sind jetzt sicher nicht das größte Land mit dem mit dem größten Spielerpool aber wir holen halt alles raus und versuchen halt über unseren Teamzusammenhalt was sicher eine große Stärke ist dass wir uns toll verstehen und ergänzen und auch füreinander fighten und jeder füreinander da ist und darauf bauen wir einfach auf und versuchen halt einfach immer am neuesten Stand zu bleiben und alle Dinge einzubauen die uns helfen und wir sind da nicht scheu und wenn es etwas an taktischen Änderungen gibt die wir bei anderen sehen dann schauen wir ob das bei uns auch kann man das einbauen kann man das nicht einbauen und wir bleiben einfach bei unseren Stärken und versuchen einfach unsere Schwächen so weit wie möglich auszubessern und auch wieder zu verbessern und so machen wir glaube ich Jahr für Jahr einfach den nächsten Schritt und dann verbessern wir uns da vielleicht nicht von heute auf morgen den großen Sprung aber auf jeden Fall die kleinen kontinuierlichen Schritte sind das was uns einfach die letzten Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich ziemlich weit nach oben gebracht hat und es ist ein perfektes Name-Dropping das du auch betrieben hast denn dein Nachredner das wird dann der Sportdirektor Andreas Pröller sein kann man vorstellen dass wir da auch dann beim einen oder anderen Punkt anknüpfen werden möchte auch nur noch ganz kurz klein wenig deine wertvolle Zeit in Anspruch nehmen mit zwei Fragen zu dem was kommt die Roadmap in Richtung Olympia 2028 wie sieht die für den Verband wie sieht die für das Flagfootball Programm aus naja das erste wir warten jetzt alle gespannt auf das Qualifikationssystem auf den Modus das ist jetzt noch nicht 100% fixiert das ist natürlich das Spannende an dem muss man sich dann orientieren und konkrete Ziele und Maßnahmen einschlagen am Eckpfeilern grundsätzlich so wie es jetzt ausschaut wird es so sein dass man einfach 2026 bei der nächsten WM wenn man dort in die Top 3 kommt dass man dann fix qualifiziert ist das muss natürlich auf jeden Fall unser Ziel sein wir sind Witzeweltmeister wir haben das schon nicht geschafft einfach da oben mitzuspielen und diese Platzierung im Top 3 ist auf jeden Fall realistisch und da werden wir natürlich alles daran setzen dass wir eben unser Level halten können beziehungsweise jetzt eben notwendig sein dass man da natürlich weiter sich entwickelt es gibt dann es werden nicht viele Mannschaften teilnehmen es aktuell zwischen sechs und acht Teams oder Nationen es ist die Rede die drei die dann noch zusätzlich kommen würden werden dann in einem eigenen Qualifikationsturnier über die Europameisterschaft 27 so wie es ausschaut ausgespielt werden und in Europa haben wir natürlich sehr viel Konkurrenz also es ist die anderen Nationen schlafen nicht und nächstes Jahr ist einmal Europameisterschaft da werden wir natürlich auch wieder versuchen uns zu verbessern und wir sind ja letztes Jahr auch Vize-Europameister geworden haben leider gegen Deutschland im Finale verloren aber in Europa ist einfach Gold immer unser Ziel und werden wir alles daran setzen dass wir diesen Zwischenschritt auf jeden Fall machen der Zwischenschritt der Vernöten ist um nach Olympia oder zu Olympia zu kommen die große Frage ist natürlich auch dahingehend dass jetzt viele Verbände weil sie olympische Verbände oder olympische Sportart jetzt sind mehr Budget mehr Mittel freigegeben bekommen von den diversen olympischen Komitees wie viel enger glaubst du wird die Spitze im Flagfootball dadurch noch zusammenrücken ja das ist ganz klar wenn man schlaft wird man überholt die anderen schlafen auch nicht oder zumindest nicht alle wird spannend sein wie sich da das jetzt in den nächsten zwei Jahren entwickelt wir haben natürlich mit Deutschland Frankreich Italien auch Topflag Nationen die sehr viel mehr Ressourcen wahrscheinlich haben oder zumindest einen größeren Spielpool haben aber man sieht einfach an uns und unserer Vergangenheit und jetzt auch an der Schweiz dass eben das nicht alles ist sondern dass man in anderen Schrauben auch drehen kann Dänemark ist ein ähnliches Beispiel wie wir die einfach auch seit vielen Jahren Top sind Serien Europameister waren also von daher ja diese Länder die ich jetzt genannt habe haben einfach Tradition haben ein bisschen Vorsprung auch gegenüber allen anderen denen sie jetzt glaube ich auch die nächsten Jahre nicht so leicht verlieren werden aber eben wenn das sechs Länder sind inklusive uns dann vielleicht noch drei davon sollen wir fahren bleiben drei zu Hause und da müssen wir einfach Möglichkeiten und Wege finden wie wir unseren Weg wie ich schon gesagt habe glaube ich sehr gut ist und wo wir uns gut entwickelt haben einfach weitergehen und sicherstellen dass wir auch weitergehen zumindest eine von den drei Ländern sind die sich dann qualifizieren aber da bin ich wieder einfach kontinuierlich arbeiten das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu den Deutschen du hast das angesprochen im Statement der Europameister Titel letztes Jahr hat da vielleicht ein bisschen was zugedeckt war vielleicht auch ein bisschen überraschend umso schadet mehr schadet dass das gegen uns so gut funktioniert hat im Finale aber das war eher eine Upside und wir machen halt die kontinuierlichen Schritte stark nach oben und ich glaube am Ende des Tages wird das auch der Weg zum Erfolg sein dass wir dann bei Olympia spielen hoffentlich und da darfst du davon ausgehen dass hierzulande sehr sehr viele Daumenparker gedrückt sind dass diese Mission Olympia dann auch erfolgreich verläuft es gibt Zwischenschritte die gesetzt werden auch da werden wir ganz genau deinen Weg und den Weg deiner Mannschaft verfolgen an dieser Stelle einfach nur vielen lieben Dank dass du so lange und so ausführlich Zeit genommen hast um über Flagfootball zu sprechen Ja gerne wir nicht beide schönen Abend Es gibt wenige Gäste auf die mich tatsächlich so gefreut habe wie auf ihn Superlative verfolgen ihn ein Leben lang super in zwei Sportarten gewesen im Bobsport und im American Football Sport Hall of Famer beim AFPÖ auch dort mittlerweile in Diensten als Sportdirektor ein Tausendsasser vor dem Herrn und noch dazu ein richtig netter Kerl Die 10 Euro über die wir geredet haben Andreas Pröller schön dass du dich hier bei Winter Day Football Clock und Tour angefangen hast Ich freue mich sehr Danke für die Einladung und dass wir uns wieder sehen Es ist tatsächlich ein Weilchen her dass dieser Mann aktiv als Football Spieler am Platz für Furore gesorgt hat Wir haben ja ein relativ junges Publikum aber auch ein paar Veteranen Wie viele haben denn tatsächlich Andreas Pröller aktiv noch spielen gesehen? Ja siehst du gehen doch Ja ein paar seins Gott sei Dank hat mein Bruder die Hand kommen Das wäre komisch wenn er es nicht getan hätte Ihr habt dich in der Vorankündigung so als Rob Gronkowski vor Rob Gronkowski bezeichnet Das ist dann vielleicht was die Blocking Qualitäten anbelangt jetzt nicht hundertprozentig akkurat aber wenn der Ball in deine Richtung ungefähr die Postleitzahl hat in der du dich befunden hast hast du den auch runter gepflückt also bleibt dabei immer noch der beste Teil den ihr bisher gesehen habe das darfst dann Bernhard Zeikowicz nachher nicht sagen wie blickst du auf deine aktive Football Karriere zurück es war mit Sicherheit eine sehr spannende und wunderschöne Zeit man hat nicht nur Freunde fürs Leben gefunden man hat Erfahrungen fürs Leben gemacht es hat meinen beruflichen Weg geebnet also weil mein Bruder der hinten sitzt nicht da gewesen wäre ich immer meines das habe ich ziemlich schnell gemerkt und da war ich einfach in dieser Sportart zu Hause gleich und da habe viele Ventile gehabt wo ich gewisse Dinge ableiten habe können die was vielleicht an jungen 17-jährigen 16-jährigen Burschen belasten und das war einfach der richtige Weg für mich und umso glücklicher bin ich dass mein ganzes Leben eigentlich mein Hobby ist zum Beruf auf allen Ebenen und da bin ich sehr gesegnet und weiß das wert zu schätzen und sehr glücklich Wir werden dann auch gleich zu diesem Beruf kommen und all das was der Sportdirektor beim österreichischen American Football Verband dann auch verantwortet zu verantworten hat aber dieses in den Sport hineinwachsen und dann wirklich top of the class zu sein einer der besten wenn nicht sogar der beste Teil Europas gab hat es ganz bestimmt gegeben vor allem nachdem ich meine Popfer Karriere beendet habe das war doch nach den Olympischen Spielen 2006 in Turin und dann bin ich wieder ins Football Geschehen eingestiegen gleich volet bin nach der Abschlussfeier eine Woche später im Trainingscamp der Raiders gestanden wieder und dann habe ich gemerkt zu diesem Zeitpunkt da war ich 26 Jahren und in der Blüte würde ich sagen da habe gewusst ich bin athletisch einfach auf einem anderen Level und da habe ich gemerkt egal was ich mache egal was ich angreife am Feld ich kann dominieren und es gibt natürlich Selbstvertrauen und dann sind entsprechende Quarterbacks aus Amerika die unterstützen weil es ist ja kein One-Man-Show aber du weißt zumindest es gibt nichts außen was die fürchten lässt und das ist was Spieler vielleicht unterscheidet dass sie das Selbstvertrauen haben manche sagen vielleicht Arroganz ich würde sagen es ist nicht Arroganz es ist einfach das Wissen über seinem eigenen können können und das ist was Spieler die erfolgreich sein glaube ich brauchen und das habe ich zu diesem Zeitpunkt gehabt und schnell gelernt und da war vielleicht der Football auch in Österreich noch mehr in den Kinderschuhen und von dem her ist jeder der was kommen nur so gewisse Attribute mitgebracht hat erfolgreich sein können in dem Sport jetzt inzwischen ist im Football das Niveau und der Durchschnitt vor allem ich glaube nicht dass die einzelnen Athleten viel viel besser sein als sie früher waren aber der Durchschnitt im Football ist viel besser es ist viel besser gecoacht also jetzt kann man nicht mehr ganz so schnell rausstechen wie es vielleicht früher der fall war auch darüber werden wir sprechen das spannende ist auch der Zeitpunkt zu dem Duo oder an dem du zum American Football gekommen bist da war das Programm der Raiders gerade up and coming die Raiders Tirol haben sich ihre allererste Austrian Ball tatsächlich auch hier in Salzburg gesichert das war damals als ein junger Florian Grein den Vikings um die Ohren gelaufen ist für mich nach wie vor einer der besten Running Back Performances die jemals in diesem Land gesehen habe und dann kommst du zu dieser Mannschaft die sich langsam aber sicher dann auch unter der Ägide von Schoen Fatah angeschickt hat zur Dynastie zu werden Euro Ball Triumphe Austrian Ball Triumphe und hätte deine Dominanz und wie du Football geprägt hast auch sehr gerne in Zahlen gefasst das Problem ist es gibt de facto keine Zahlen also wer mal versuchen möchte so eine Mission Impossible anzugehen versuch du einfach mal rauszufinden wie viele Karriere Receiving Yards Andreas Bröller hat ich bin kläglich an dieser Aufgabe gescheitert jetzt gibt es beim Verband aber mit Stefan Strauß zum Beispiel extrem viele kluge Menschen vielleicht ist das ja eine Aufgabe dass man zumindest bei den Hall of Fame man versucht so Werte rauszukitzeln hast du ungefähr eine Ahnung in welchen Dimensionen du dich mit Endzonen besuchen findest mit Receiving Yards und der gleichen das ist eine sehr gute Frage mit der habe ich mich als Athlet nie beschäftigt es hat für mich keine Relevanz gehabt also für mich hat statistisch keine Relevanz mir ist es egal wie viele Yards ich habe wie viele Catchers ich habe es geht um die Performance der Mannschaft und es geht um die Performance die selber hast man kann sehr gut spielen und mit der Mannschaft verlieren man kann selber schlecht spielen und trotzdem gewinnt man als Mannschaft es gibt alle Konstellationen und im Endeffekt muss man am Ende von einem Gamed in den Spiegel schauen können und sagen man hat alles gegeben und wenn ich danach alles gegeben habe und dann habe ich in diesem Spiel keinen Touchdown gemacht dann ist es egal und ich habe Spiele gehabt auch da in Salzburg wo ich in der ersten Hälfte vier Touchdowns gemacht habe ich habe auch Spiele gehabt wo ich da in Salzburg gespielt habe mit einem Nierenriss heimgefahren bin und keinen Touchdown gemacht habe es ist egal es ist irrelevant es geht um eine Mannschaft es ist eine Mannschaft Sportart und mir bedeutet das nichts kannst du dich darauf verlassen dass wir noch dazu kommen welche Statistiken dann vielleicht auch als Sportdirektor oder für deine Arbeit als Sportdirektor wichtig sind oder vielleicht auch welche Metrics weil sich da extrem viel getan hat die letzten Jahre wie bist du Sportdirektor geworden durch sehr sehr lange harte Arbeit wie gesagt der Sport prägt mein Leben ich war in unterschiedlichen Sportarten überall zu Hause ich habe leichtleitig gemacht ich war Bobfahrer ich war Footballspieler ich war Athletiktrainer fünf Jahre im Profi Handball parallel dazu ich war Athletiktrainer die letzten zwei Jahre beim Rodel Nationalteam ich war davor beim Skeleton Nationalteam ich habe ein Jahr im Profifußball in Wacker mitbegleitet wo sie in der zweiten Liga Meister worden sind also ich komme aus einer sehr großen Palette raus Sport ist mein Leben mich interessiert nichts anderes Sport aber Sport ist eigentlich mein Leben und ich glaube wenn man die Medaillen von allen Seiten anschauen kann ich bin ich weiß was es bedeutet als Athlet zu Olympia zu kommen um auf weltbestem Niveau zu sein ich weiß was es bedeutet wenn man mit Athleten arbeitet die bereits Olympiasieger gewesen sind schon oder Weltmeister Vize-Weltmeister Gesamt-Weltcup-Sieger und jetzt bin ich auf der dritten Seite noch jetzt bin ich in der Organisation mit drin also ich sehe verschiedene Ebenen und das ist oft vielleicht als Athlet oder als Trainer oder als Zuseher sieht man viele diese Dinge nicht die so ein professionelles Uhrwerk ich nenne es einfach ein Uhrwerk braucht und das sind alles Zahnräder die ineinander laufen und jeder hat seine Wichtigkeit und das kleinste Zahnrad ist genauso wichtig wie das Größte das Größte hat vielleicht am meisten Kraft aber es braucht alle zum mitdrehen und das ist der Videomann das ist der Team-Matcher das ist der Physio das ist der Generalsekretär das ist der Head Coach das sind die Position Coaches das sind die was die Felder markieren alles zusammen ist ein großes Bild und das ist gar nicht so leicht zu erkennen was aber das frustrierende vielleicht auch bei dieser Arbeit ist dann oft ist dass diese Zahnräder oft langsam drehen im Verein kann man sehr schnell Dinge umsetzen auf großer Verbandsebene wo sehr viele Vereine sehr viele Menschen sehr viele Ligen da ist es oft diese Vision die man vielleicht hat von dem und in die Richtung wo man gerne arbeiten wird ist oft ein bisschen schwerer zum Umsetzen und da muss man halt ein bisschen geduldiger sein und vielleicht auch ein bisschen politisch agieren können Du hast diese ganzen Sportarten angesprochen eine breite Palette an Erfahrungen die du mitbringst Dinge die du gesehen hast was ist vielleicht um das Uhrwerk beim American Football in Gang zu bringen und auch um Laufen zu halten die größte Herausforderung was hast du vielleicht von den anderen Dingen mitnehmen können die dir jetzt helfen Die größte Herausforderung was wir haben ist nicht die finanzielle Struktur finanziell jede Sportart würde ich immer sagen wir brauchen mehr Geld aber es ist in Wahrheit wir brauchen Menschen Menschen spielen diese Spieler Menschen trainieren Spieler und da haben wir die größte Problematik eigentlich die Qualität der Spieler und die Qualität der Trainer zu finden die wirklich diesen Einsatz haben und die dahinter stehen und die verlässlich sein und Konstanz bringen das ist in der heutigen Zeit wahnsinnig schwierig und das ist also quasi der Mensch steht quasi im Vordergrund und diese Menschen muss man begeistern können für die Sportart oder für die Sportart etwas zu tun das ist die Herausforderung Lehren aus anderen Sportarten wo du vielleicht Dinge gesehen hast wo du gedacht hast das möchte ich bei mir mit einfließen lassen das ist gut das übernehme ich die NFL ist eine Copycat League und dementsprechend ist es ja auch in vielen anderen Lebensbereichen so dass man sich denkt aha das nehmen wir mit gibt es sowas oder gab es sowas ich würde eher sagen das Gegenteil ist der Fall ich weiß was ich nicht will auch gut und ich weiß ich will nicht die NFL sein ich will nicht die NFL sein weil ich nicht selektiere nach Größe nach Gewicht nach was auch immer ich suche Menschen die begeistert sind für den Sport und und ich war gerade vorgestern in einem in einem Meeting mit Engländer und Schweden und wir haben uns so ein bisschen vernetzt als Sportdirektor wo wir uns austauschen und der Kanibello aus Englisch hat zu mir gesagt Andi du bist der Einzige der sagt wir suchen nicht diese Typen sondern du bist der Einzige der sagt wir entwickeln die Menschen die wir haben das ist das was ein Coach ausmacht ein Coach sagt du bist mein Athlet und ich mache dich jetzt besser du bist den was wir haben da hast du nichts zum Besser machen das ist Coachen und in der NFL kommt ein Offense-Koordinator der sagt das ist mein System du passt nicht rein zack naja also der sucht sich die Leute aus die in sein System passen und wir müssen aber so viel coachen so viel entwickeln die Menschen was wir haben und die werden wir in die bestmögliche und erfolgreiche Situation setzen und das ist das Schwierige und das ist glaube ich eine hohe Kunst und das ist Menschenkenntnis und da gehört eben Coachen und Trainer sein ist ja oft nicht das Gleiche aber diese zwei Dinge müssen wir vereinen und das muss die NFL nicht und wir schon jetzt hast du es wahrscheinlich schon ein klein wenig angeschnitten aber es ist dann auch immer so die Geschichte und das ist dann immer so hochtrabend und ist dann viel zu schwülstig dass man irgendwie ein Mission Statement braucht oder Vision und der gleichen 90% habe ich keine Ahnung wie sowas überhaupt aussieht aber als du diesen Job auch angetreten hast und ich möchte Vision jetzt nicht unbedingt verwenden aber es war so etwas wo du gesagt hast das möchte ich sicherstellen dass ich das leisten kann dass das vielleicht in fünf Jahren bewerkstelligt werden kann also das ist mit Sicherheit das professionelle Umfeld für die Athleten wir können nicht schaffen dass die Athleten alle Profis werden weder im Pfleg noch im Tackle in der ELF kann man ein bisschen reinschnuppern da kriegt man schon ein bisschen Geld aber das werden wir nicht darstellen können und schon gar nicht auf der Verbandsebene aber was wir schaffen können ist für unsere Nationalteamsspieler das professionellste Umfeld schaffen das möglich ist und da haben wir durchaus mehrere Stufen was wir für die Nationalteams jetzt haben besonders für Flag und ich glaube dass es ein starkes Angebot ist und dass es in die richtige Richtung geht haben wir die letzten paar Jahre bewiesen ich sage nur professionell arbeiten erhöht die Chancen erfolgreich zu sein ist keine Garantie dafür aber zumindest sind wir glaube ich über diese Ebenen auf einem guten Weg dass wir die Chancen haben Was dafür spricht die Arbeit fruchtet ist dieser Durchschnitt der besser geworden ist den du schon angesprochen hast aber wenn es jetzt zu Spitzenathleten geht oder Athleten und auch Athletinnen die nochmal herausragen was ist etwas worauf du blickst du hast es angesprochen die NFL geht mal erst nach Größe und Gewicht du kannst der beste Quarterback der Welt sein wenn du nicht irgendwie 1,90 plus hast wirst du es in wahrscheinlich 30 von 32 Teams wirklich schwer haben aber was sind Werte Metrics Dinge vielleicht auch Soft Skills wo du sagst that raises my attention also ich muss ja dazu sagen ich entscheide nicht wer im Kader steht das weiß ich schon also das macht der Head Coach aber wenn ich der Head Coach wäre und ich entscheide für jemanden dann entscheide ich mich für Herz und für Einsatz du kannst der Schnellste sein also Herz, Einsatz und Spielverständnis vielleicht man kann im Football athletische Defizite kaschieren man kann sie nicht ganz wegradieren aber man kann sie zumindest teilweise kaschieren aber es braucht diese Menschen die extra Meile ist für mich der falsche Austritt weil es ist keine extra Meile es ist diese Meile die man gehen muss wenn man ganz vorne sein will und wenn man erfolgreiche Weltcup-Athleten anschaut ob das ein Marcel Hirscher ist oder aus den anderen Sportarten wo ich rein schauen habe dürfen das sind 12, 14 Einheiten in der Woche normal da ist es ich fahre jetzt noch da hin und probiere noch einen Kufensatz für das ich mache noch das diese Dinge sind ganz normal und selbstverständlich weil das Teil ist auf dem Weg zum Erfolg und solche Menschen braucht man die sagen wenn ich glaube dass mit dreimal Training in der Woche und der Turnier am Wochen dass es genug ist das ist zu wenig das ist zu wenig für die Weltspitze das mag vielleicht für manche Liegen reichen aber nicht für die Weltspitze und dieses Verständnis braucht man dass man versteht was es braucht Weltspitze zu sein und was es gehört dort zu bleiben Jetzt haben wir im Vorgespräch ein klein wenig darüber gesprochen dass du natürlich auch Budgets zur Verfügung hast dass du auch steuern kannst wie versuchst du in deiner Arbeit mit dem was dir zur Verfügung steht zu entwickeln zu steuern was sind da Buttons die du drücken möchtest also die Stichworte sein Zugang zu Olympia zu Infrastrukturen das ist was in Österreich ein riesiges Problem das ist die Infrastruktur gerade im Winter Leichtathletik wo kann man Indoor trainieren Kraft kann man professionelle Athletiktrainer für Speed für Kraft für olympisches Gewicht was mit dazu gehört im Fertigkeitsentwickeln also sprich Receiver Skills DB Skills haben wir Spezialtrainer also auf all diesen Ebenen versuchen wir für die Spieler zusätzlich zu ihrem Vereinsangebot die besten möglichen Trainer die Österreich zu bieten hat oder auch international weil wir haben ja auch international schon über den Tellerrand hinausgeschaut zu uns bringen Know-how reinbringen Spieler entwickeln das ist ganz was Großes und die zweite große Schiene was wir haben ist eigentlich die Trainerentwicklung weil die sind ja die Multiplikatoren die was in den Vereinen hoffentlich dann dementsprechend arbeiten können das sind so meine zwei ganz großen Bausteine und was wir dazu zu diesen Nationalteamaktivitäten quasi auch eine zweite Mannschaft sage ich jetzt einmal so mitentwickeln wollen dass wir einfach einen Pool haben an Spielern die potenziell in der Lage sind bei großen Events mit teilzuhaben und in diesem Projekt wie gesagt das ist ja keine One-Man-Show da braucht es Menschen wie was in dem Raum sitzt Anton Wegener der Chief of Mission ist für die Nationalteams der die ganzen Sachen organisiert also das ist ein riesiger ein riesiger Apparat die Fisch helfen die niemand sieht die was niemand sieht ja und das ist wirklich eine irrsinnige Arbeit und diese Dinge halten diesen Apparat jetzt am Laufen und je mehr und mehr ich mit anderen Nationen spreche desto mehr sehe ich eigentlich dass man da wirklich die professionellste Nation sein die was in Europa arbeitet mit Sicherheit jetzt bist du Sportdirektor des AFBÖ Teil des AFBÖ ist natürlich auch das Flag Football Programm wir haben vorher von Michael Salamon gehört der dich auch sehr lobend erwähnt hat wie funktioniert diese Zusammenarbeit wie steuerst du auch die verschiedenen Teilaspekte innerhalb des Verbandes Sport was es Flag betrifft ist eigentlich ein reger Austausch mit den zwei Headcoaches also mit Robert Riedl von den Damen und so wie mit Michael von den Herren und im Endeffekt gibt es eine Struktur wir haben einen Plan wir haben Ihnen alles vorgestellt bis 2026 28 weil 26 muss es ja eigentlich passieren da ist der Qualifikationsmodus bis dahin müssen wir eigentlich die Weltspitze halten zumindest einmal das ist auch spannend dass man jetzt anfangen muss in den Olympischen Zyklen zu denken was vorher nicht der Fall war war nicht der Fall da kann man natürlich von Groß-Event zu Groß-Event schauen und im Endeffekt stellen wir Ihnen den Plan vor der ist mit Ihnen abgesprochen und Sie kriegen quasi die Möglichkeit uns zu unterstützen und zu helfen wie wir die Projekte am besten angehen weil es braucht den Input auch vom Headcoach und welche Needs seine Spielerinnen haben oder seine Spieler haben und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit glaube ich und das funktioniert so als bestens Jetzt vielleicht zum Abschluss und das ist schwierig weil man natürlich nie weiß was alles passieren wird und was daherkommt aber im Flagfootball sind wir auf einem sehr guten Wege im Tacklefootball sind wir amtierender Europameister natürlich gilt es das einerseits zu halten andererseits aber auch weiter zu entwickeln wo ortest du noch Potenziale um sich zu entwickeln wo stehen wir mit vielleicht auch beiden Branches nenne ich es jetzt mal in fünf Jahren wo würdest du gerne stehen wo würde ich gerne stehen ich würde gerne stehen dass man die mediale Aufmerksamkeit halten kann oder ausbauen kann ich möchte gerne dass man mit Football in Schulen etabliert sein wir haben Landesmeisterschaften wir haben Bundesmeisterschaften jedes Jahr ich will dass einfach in der Schule Football gespielt wird und das und da die Stärke vom Flagfootball oder vom Football generell erkannt wird im Schulsport was braucht man noch wir brauchen starke solide Ligen wir brauchen Ligen die kompetitiv sind die ausgeglichen sind wo viele Menschen sagen ich verbringe gerne meine Zeit im Verein und ich spiele gern Football wenn man gegen die EL gegen die ELF national konkurrieren können nein wenn wir nicht können aber das hilft uns zumindest auf Nationalteam Ebene wir können die besten Spieler da rausziehen und der Max Sommer kann Schach spielen und umgekehrt ist es im Pflege im Nachwuchs müssen wir jetzt noch so sein dass wir auch auf Nationalteam Ebene noch viele Dinge entwickeln müssen und der Wunsch wäre halt Nationalteam ist Schach spielen in Ligen wird entwickelt und das müssen wir schaffen wir brauchen große Ligen wir brauchen viele Menschen die Football spielen wollen die keine Angst haben vor Football und diese Berührung Angst verlieren und wenn das gesädelt ist dann sehe ich für Football eine große Zukunft ich glaube es wartet viel Arbeit auf dich und kann jetzt schon vorwegnehmen das wird nicht das letzte Mal gewesen sein dass dieser Mann hier bei Winter Day Football O'clock kastiert bitte nutzt auch im Anschluss die Gelegenheit noch mit ihm zu reden ich glaube dir könnte man stundenlang zuhören es wartet aber ein anderer sehr sehr guter Zeitend auf der anderen Seite dieses Gesprächs einstweilen vielen lieben Dank dass du so lange ausführlich über deinen Job gesprochen hast Bernhard es ist extrem ungewöhnlich dass wir uns auf diese Art und Weise sehen aber nicht ungewohnt wir hatten das vor einem Jahr bei Winter Day Football O'clock on Tour in Frankfurt schon gemacht jetzt sind wir bei Winter Day Football O'clock on Tour in Salzburg quasi von einer Weltmetropole in die andere am Tag vor dem Game Day wie geht es dir? mir geht es gut so wie immer wenn ich da ein wunderschönes Gesicht sehen darf das ist jetzt natürlich gelogen aber ist okay nehmen wir mit na alles gut gute Trainingswoche gehabt ich fand als Team generell hatten wir eine gute Woche und ich glaube wir sind bereit für das Spiel nachdem wir hier im American Football Zentrum dem Neuen in Salzburg sind du deine Karriere in Richtung NFL natürlich in Österreich begonnen hast irgendwelche Erinnerungen an den Footballstandard Salzburg? ja fix wir haben kurz darüber geredet letzte Woche aber wenn mich nicht alles täuscht glaube ich hatte ich da mein erstes U19 Nationalteam Camp kann natürlich sein dass ich das ein bisschen vermische und vielleicht war es das zweite oder so aber auf jeden Fall in meinem ersten Jahr im Nationalteam hatte ich da ein Camp und war auf jeden Fall sehr cool bin gemeinsam mit dem Yannick Mayer angereist und habe mir alles mögliche erzählen lassen weil er ja von dort ist und ja sehr cool auf jeden Fall damals gewesen das heißt natürlich auch im Umkehrschluss dass du jetzt schon länger nicht mehr deine Füße auf Salzburger Boden gesetzt hast ich blick dir jetzt mal in die Runde und vor allem da nach hinten wo auch die die Macher dieses American Football Zentrums sind jetzt ist ja hinlänglich bekannt dass das Bernhard-Zeikowicz-Camp das bisher immer in Wien stattgefunden hat großer Hit ist reger Zulauf viele Kinder die du dort auch vielleicht zum ersten Mal mit Football in Kontakt gebracht hast jetzt ist hier dieses Schmuckkästchen namens American Football Zentrum in Salzburg hochgezogen worden wenn man jetzt eins und eins zusammenfügt Bernhard-Zeikowicz mit seinem Bernhard-Zeikowicz-Camp auch in Salzburg denkbar wäre das was? ja ich blicke da auch ein klein wenig in die Richtung ja das kommt schon ich blicke da auch ein klein wenig in die Richtung vielleicht der Verantwortlichen von Winter Day vielleicht kann man ja da Gutes und Gutes zusammenbringen und wird es dann vielleicht auch bald ein Bernhard-Zeikowicz-Camp hier im American Football Zentrum in Salzburg geben für dich denkbar? ja auf jeden Fall also wir haben sogar nach dem letzten Camp jetzt eben vergangenen oder diesen Sommer überlegt eben wie wir das vielleicht auch anders gestalten können oder was wir vielleicht die nächsten Jahre anders machen wollen und ein wiederkehrender Punkt war auf jeden Fall dass wir eben darüber nachdenken das vielleicht auch mal außerhalb von Wien zu machen oder generell einfach in einer anderen Location einfach dass auch Leute die jetzt nicht wie in Wien-Umgebung leben dass es leichter ist für die eher zu kommen wir hatten zwar auch Leute außerhalb von Wien Kärnten und sogar außerhalb von Österreich im ersten Jahr aber ist natürlich eine schwere Anreise und wäre sicher eine coole Sache wenn wir das woanders machen können und da bietet sich so eine erstklassige Facility quasi jetzt wie jetzt in Salzburg entstanden ist natürlich an aber generell geht es natürlich um den Sport und ich glaube die Kinder hätten auch Spaß auf einer Wiese also darum geht es nicht aber es hilft natürlich wenn alles vorhanden ist und ja ich bin auch selber schon gespannt wenn ich vielleicht in Österreich bin dass ich mal vorbeischau mir das anschaue weil generell Football Praxessene in Österreich ist mir natürlich auch ein sehr wichtiges Anliegen und schön zu sehen dass der Sport immer weiter wächst und dass auch am Ende des Tages Geld in die Hand genommen wird um sowas aus dem Boden zu stampfen quasi ist jetzt natürlich für dich Fluch und Segen dass das auch per Video mitgezeichnet wird das wird dann dieses Gespräch auf YouTube landen und das kann dann auch nachgesehen werden also das ist jetzt schon einigermaßen Kommitter zum Footballstandort Salzburg das ist auch gut so weil wenn du irgendwo ein Camp abhalten wollen würdest dann sicherlich an Standorten wie diesem hier die Realität für die Arizona Cardinals heißt aber morgen wir zeichnen das Gespräch am Samstag vor dem Spieltag gegen die Miami Dolphins auf dass es nach South Florida geht beziehungsweise schon gegangen ist wir haben in der aktuellen Folge von Winter Day Football O'Clock über das Primetime Spiel gesprochen das war ein Football Spiel der vergangenen Woche den Sieg gegen die Chargers und auch wie sich dadurch die Abläufe in der Game Week verändert haben was den Off-Day anbelangt was die Trainingseinheiten anbelangt was den Gameplan Install anbelangt für all diejenigen die vielleicht noch nicht ganz durch sind mit der letzten Folge was war an dieser Woche für das Team anders als in einer regulären in Anführungszeichen Woche in der NFL Primetime Woche oder jetzt die Woche die aktuelle Woche also weil wir eben eine kürzere Woche hatten ich meine es war nicht wie bei einem Thursday Night Game oder so wo man wirklich kaum Vorbereitungszeit hat aber dennoch hat uns ein Tag gefehlt vielleicht sogar zwei weil es ein Two Day Travel ist deshalb ganz also das untypischste eigentlich der verwirrendste Tag für uns alle war Mittwoch weil wir quasi zwei Lifts reinkriegen mussten halt in der kurzen Woche und die meisten haben sich dazu entschieden den am Mittwoch zu machen und nicht am Off-Day den Dienstag nach dem Spiel ich war zwar am Dienstag dort aber am Mittwoch gab es eben auch noch die Möglichkeit das heißt eigentlich hat der Tag mit Meetings und Training und allem eigentlich erst um 12.30 Uhr begonnen und normalerweise ist Mittwoch einer von den zwei Tagen wo man wirklich von 6 Uhr nach früh bis 5 Uhr am Abend dort in der Facility ist und deshalb war dieser Mittwoch so komisch und was es noch komischer gemacht hat ist wir hatten nicht wirklich Training sondern es war so ein Walkthrough Training in T-Shirt und Tennis Schuhen wo sie halt versucht haben dass die Leute ihren Körper wieder regenerieren können und gegebenenfalls Wehwehchen auskurieren lassen können oder halt ihnen diesen einen Extratag geben können den sie in einer normalen Woche ja auch hätten also normalerweise die zwei Tage nach dem Spiel sind ja genau dafür da zum Regenerieren und all das und so haben sie halt versucht die Balance ein bisschen zu halten zwischen trotzdem Installs zu haben und trotzdem ein Training zu haben aber das Training so zu gestalten dass es nicht sonderlich anstrengend ist ein anderer Unterschied war auch dass wir keinen Full Padded Practice hatten am Donnerstag was normalerweise jede Woche Standard ist sondern eben nur diese Spiders diese Softshells und Freitag war dann eigentlich erst wieder der erste Tag der so war wie jeder andere Freitag deshalb ja also von Tagesstruktur Trainingsstruktur hat sich auf jeden Fall viel verändert wie gesagt ein Lift weniger als sonst ist deshalb das Volumen ein bisschen rausgenommen und all das und dass halt die Leute obwohl es eine kürzere Woche ist Zeit haben ihren Körper wieder Vordermann zu bringen und trotzdem gab es dieselben Media Availabilities die vielen Pressekonferenzen die vielen Möglichkeiten auch wo das der Onfield Staff und der Coaching Staff und die Player befragt worden sind das große Thema das sich ein klein wenig in Cardinal Land durchgezogen hat und das wird möglicherweise dann auch nach Sonntag noch relevant sein ist wie man Marvin Harrison Junior und ich glaube Drew Petzin kann die Frage nicht mehr hören der Offensive Coordinator der Cardinals wie der so hochgedraftete Rookie einen größeren Fokus eine größere Rolle auch eingeräumt bekommt wenn man auf die letzten drei Spiele blickt dann hat Marvin Harrison 15 Targets bekommen bei nur 5 Receptions für 57 Yards und 0 Touchdowns wenn er das in der Halbzeit macht denkt man sich ja okay das ist das was man in etwa erwartet hat wie hat man versucht oder hat man versucht ihn zu einem größeren Fokuspunkt zu machen oder wäre das irgendwie ohnehin schon passiert und ist aufgearbeitet worden der war schon im Fokus aber weil er halt irgendwie Leute okkupiert geht es dann woanders hin wie war das ich meine er ist so ein Kaliber von einem Spieler dass der egal welche Woche einen sehr hohen Standard im Gameplan selber hat und das ist jede Woche gleich und natürlich gibt es eine Woche wo vielleicht bestimmte Personen als Schwachstelle betitelt werden in der Defense wo man dann vielleicht nochmal extra Augenmerk drauf legt aber generell ist er jede Woche auf jeden Fall ein Fokuspunkt von unserer Offense und zu dem Punkt von Drew Patsing ich glaube da wünscht man sich lieber das Problem dass man sagt oh wie kann ich diesen Spieler noch besser verwenden als wenn man diesen Spieler nicht hat also ich glaube das ist auf jeden Fall ein gutes Problem aber auf der anderen Seite ist das auch die Kehrseite von einem so einem hohen Draft Pick immer wenn man so einen hohen Draft Pick hat und es sind natürlich alle Augen von den Medien auf den und wenn dann eben die Stimmung aufkommt von wegen oh der wird nicht gut genug verwendet oder er produziert halt einfach nicht so wie erwartet worden ist dann werden die Stimmen natürlich viel lauter als wenn ein Fünftrunden Pick nicht so performt wie gedacht aber ich glaube auf jeden Fall dass das ein gutes Problem ist zu haben generell als Offense versuchen wir die letzten Wochen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert für uns eigentlich mehr auf Basics und wie können wir generell als Offense einfach unseren Staff so gut laufen dass es egal ist gegen wen wir gehen wir wissen dass die Offense eine sehr sehr starke Defense haben vor allem Third Down sind sie Nummer 1 in der NFL und das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe aber vor allem eben auch für diese Situation ein Third Down und so kann man sich das Leben leichter machen indem man die meisten Third Downs in Third and One to Five oder so hat und nicht in Third and Long kommt deshalb eben dieser Base Gameplan sehr wichtig das Run Game sehr wichtig dass man bei First und Second Down sich in eine gute Position fürs Third Down bringt um dann eben das Feld runter zu marschieren ja aber sonst das Einzige was die Offense einfach ein bisschen anders machen als vielleicht andere Teams ist dass sie sehr sehr viel disguisen und viele verschiedene Defenses zeigen wollen die Offense quasi nicht im Spiel ankommen lassen wollen indem sie immer irgendwas Neues zeigen und wir als Offense müssen einfach sehr gut mit unserer Kommunikation sein und schauen dass wir alle on the same page sind und so quasi unsere Plays dann halt exekutieren können es wäre für die Cardinals natürlich ein massiver Erfolg wenn es tatsächlich auch klappen würde am Weg zurück in Richtung 500 gespielt wird das Ganze erst morgen und da ist eine Person bei dieser Partie besonders im Fokus Tua Tango Valoa der hat sich früh in der Saison eine weitere Gehirnerschütterung geholt die dritte binnen zwei Jahren schon wieder bei einem Thursday Night Football Spiel und ich glaube viele Football Fans da draußen die haben noch immer diese Bilder auch im Kopf wo er vor zwei Jahren mit dieser Fencing-Bewegung am Turf in Cincinnati gelegen ist wie ist da vielleicht auch Mannschaftsinterne damit umgegangen worden dass da ein Spieler steht und ja das Ziel im Football ist es den Ballträger zu tacklen und zu Boden zu bringen und da passieren dann halt auch Dinge die man natürlich nicht beabsichtigt wie Gehirnerschütterungen aber wie ist das diskutiert worden dass dieser Quarterback potenziell noch einen Hit davon entfernt ist nicht nur in Richtung Karriereende zu gehen sondern vielleicht dann auch danach noch Schäden mitzunehmen ich meine also vorab wünscht man das natürlich keinem und ja schwere Situation für ihn aber am Ende des Tages so wie du es gesagt hast wir wissen alle dass das halt Football ist und das ist einfach ein sehr körperlich taxing Sport und der Kopf natürlich ist auch davon betroffen aber am Ende des Tages ist er der der entscheidet und er kann glaube ich selber für sich entscheiden ob das die letzte Gehirnerschütterung war oder ob er noch 10 den ertragen könnte falls es passiert natürlich in seinem Kopf wahrscheinlich kann ich mir vorstellen dass er sagt okay wer sagt denn dass ich überhaupt noch eine Gehirnerschütterung bekomme vielleicht war das nur Pech bis dahin und vielleicht kriege ich jetzt für 5 Jahre keine mehr aber am Ende des Tages ist das seine Entscheidung aus unserer Perspektive haben wir uns natürlich nicht wirklich damit beschäftigt oh der hat so und so viele Concussions gehabt oder wir haben uns nicht wirklich darauf fokussiert wie er wegen den Concussions jetzt vielleicht zurückkommt oder so sondern wir wissen einfach okay das ist jetzt quasi sein Comeback wieder aber wir kennen ihn als Spieler natürlich weil er ja schon einige Jahre in der Liga spielt deshalb wir haben uns einfach auf Tour vorbereitet und nicht auf Tour mit Concussion oder was auch immer sondern wir spielen ihn einfach so wie er am Film ausgeschaut hat und so hat sich die Defense quasi auf ihn vorbereitet hat dann auch bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt dass er kein Guardian Cap tragen wird das sind diese nennen es jetzt mal Schaumstoffhüllen du kannst mich dann gleich berichtigen und hat das auch damit argumentiert das ist seine persönliche Wahl steht ihm natürlich auch zu aber diese Guardian Caps die reduzieren nachweislich Gehirnerschütterungen es gibt immer mehr Spieler die die tatsächlich auch in den Spielen tragen im Training Camp hat man sie wer vielleicht Hardnocks mit den Chicago Bears gesehen hat überall gesehen auch du hast so ein Guardian Cap getragen wie fühlt sich das an macht das einen Unterschied wenn man das trägt ja also wie du schon gesagt hast also es ist ich meine die NFL hat wahrscheinlich diese Studies durchgeführt das ja wer weiß das hast du zugesagt aber stimmt schon prinzipiell die NFL hat auch eine Presseaussendung rausgegeben dass die Anzahl der Gehirnerschütterungen in den Camps wo sie diese Guardian Caps fast überall zu sehen waren auch drastisch reduziert worden sind im Vergleich zu den Vorjahren also es hat schon einen Effekt aber beginnen wir vielleicht erst mal dabei wie es sich anfühlt das zu tragen ist das ungewohnt ja ungewohnt glaube ich ist es schon also vor allem das erste Mal eben weil die ganzen OTAs oder wann auch immer man jetzt geht man durch die Saison ohne Guardian Caps dann obwohl stimmt nicht am Full Padded Practice hat man sie auch oben also vielleicht nach der Offseason weil man es so lange nicht mehr getragen hat ja dann fühlt es sich irgendwie ein bisschen anders an und wenn man jemanden hittet dann knallt es nicht so sondern ist ein bisschen leiser also diese Sachen sind halt ein bisschen anders und das Gewicht ist ein bisschen mehr all diese Sachen aber nichts wo man sagt ich kann nicht meinen besten Football spielen deshalb also ich finde das auf jeden Fall dass das eine gute Sache ist und ich finde auch ich finde auch gut dass sie das verpflichtend gemacht haben für bestimmte Positionen und das jetzt auch ausgeweitet haben letzte Saison im Camp und eben in der Preseason also nicht Preseason Spiele aber alles vor der Regular Season ist quasi verpflichtend und ja ich finde das gut dass das eben verpflichtend ist weil sonst wäre es halt so dann gibt es sicher ein paar Coaches die sagen ah wer auch immer eine Guardian Cap bei mir trägt er es soft oder was auch immer aber ja ich bin immer dafür den Sport sicherer zu machen weil im Endeffekt will man dass der Sport auch noch in 100 und 200 Jahren gespielt wird aber wenn Leute bleibende Schäden oder viel zu viele Leute irgendwelche Erscheinungen haben im Kopf und im Gehirn dann ist das natürlich nicht sustainable und das will man ja auch nicht für den Sport weil man den Sport ja selber liebt und deshalb ich glaube auf jeden Fall dass das eine gute Sache ist um jetzt wieder zurück auf Tour zu kommen ich glaube dass das natürlich seine Entscheidung ist nach wie vor und verstehen tue ich es nicht ganz aber am Ende des Tages ist es wie gesagt seine Entscheidung ich kann mich aber auch nicht so ganz in der Hand versetzen ich meine als ich mein Kreuzband gerissen gehabt da wollte ich auch nicht mit Schiene spielen und ist vielleicht auch nicht ratsam aber ich habe mir halt gedacht okay wenn ich die Schiene oben habe dann denke ich die ganze Zeit dran und das will ich nicht entweder reißt es oder es reißt nicht aber ich will die Schiene nicht tragen nämlich jedes Play daran erinnert dass da was sein könnte und vielleicht kommt er aus demselben Lager und denkt sich wenn was passiert passiert es und wenn nicht dann spiele ich frei und denke nicht daran weil ich diese Guardian Cap die ganze Zeit auf meinem Helm sehe jetzt waren wir bei bleibenden Schäden die hoffentlich dann bei Tua Tagovailoa nicht eintreten ein bleibender Schaden der leider eingetreten ist nach Monday Night Football der Arizona Cardinals gegen die LA Chargers ist der Kreuzbandriss von Dennis Gardeck der ist out for season und das war ohnehin schon der wahrscheinlich beste Rusher und wenn nicht der beste einer der besten Rusher der Cardinals und es wird noch ein klein wenig dauern bis Darius Robinson dann endlich auch sein Debüt feiert entsprechend die Frage wie versucht man diese Offense diese unique Offense der Dolphins zu stoppen also dass du bei zwei Dritteln aller Snaps de facto Motion serviert bekommst das ist klar aber was ist da im defensiven Teil quasi besprochen worden das ist ein langer Spieler hier bei den Cardinals der wirklich auch eine Stimme hat hier in dem Verein und versucht halt das Team zusammenzuhalten und also auch außerhalb vom Feld ist das natürlich ein herber Verlust und ich wünsche ihnen an dieser Stelle auch eine schnelle Recovery quasi aber als Defense gesehen selber jetzt das Ziel ist natürlich dass der Next Man Up jetzt seine Chance bekommt und es wird natürlich davon ausgegangen dass der genauso gut wenn nicht einen besseren Job macht in der Vorbereitung auf auf die Dolphins jetzt natürlich Pass Rush ist immer wichtig egal gegen wen man spielt aber du hast eben angesprochen mit den Motions und so da haben wir unsere Defense also unsere Receiver die das hergezeigt haben quasi gegen die Defense die haben natürlich alle die Jersey Numbers getragen und es gibt spezifische Checks also wie ändern wir unsere Defense oder wie kommunizieren wir das in der Defense wenn jetzt Nummer 10 eine Motion macht verglichen mit Nummer 17 oder wenn der Titan eine Motion hat also generell alles quasi ihre Top Plays ihre Top Motions wissen sie natürlich die Checks und wissen wie sie ihr Play dann umstellen müssen und ja ich glaube es kommt wieder zurück zur Kommunikation es ist ein Auswärtsspiel es wird vielleicht lauter sein als bei uns zu Hause und genau in solchen Umgebungen ist es dann immer wichtig dass man als Team einfach sein Spiel spielen kann im Team redet und einfach kommuniziert dass man alle auf der Same Page ist dass man halt bestmögliche Chance hat zu gewinnen weil am Ende des Tages mögen wir unsere Leute gegen ihre Leute und sie denken genauso und dann kommt es halt am Tag darauf an wer exekutiert besser und um gut zu exekutieren normalerweise muss man on the Same Page sein und gut kommunizieren und einfach am selben Strang ziehen was Ding ist das nehmen jetzt natürlich alle hier Anwesenden im American Football Zentrum Salzburg mit und werden es dann wahrscheinlich auch wieder behirnen wenn es morgen um 19 Uhr gegen die Miami Dolphins geht all diejenigen die das dann hören im Podcast Feed oder auch sehen auf YouTube da wird das Ganze schon passé sein da kann man dann aber schön abgleichen was tatsächlich eingetreten ist und wo es dann vielleicht das ein oder andere Defizit gab es hoffen natürlich aus österreichischer Sicht und alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast dass es für die Arizona Cardinals gut ausgehen wird weil wir diese Folge ausnahmsweise schon an einem Samstag vor einer Game Week aufzeigen dann heißt das dann auch in der kommenden Woche für uns eine Mini-Buy aber es wird ein extrem spannendes Thema der Woche werden wenn wir dann regulär in eineinhalb Wochen wieder zurückkehren es müsste glaube ich der 6. November dann sein wenn das am Mittwoch ist und sich das entsprechend ausgeht denn am Tag vorher ist die Trade-Deadline in der NFL das Trading hat jetzt schon begonnen paradoxerweise ist einer deiner guten Freunde Cameron Thomas vor der Saison schon getradet worden zu den Kansas City Chiefs also du weißt auch wie diese herzlose Maschinerie namens NFL funktioniert wo humanen Aktien dann nur hin und her geschoben werden was ist so gerade die Stimmung in Cardinals Land was Trades anbelangt glaubst du wird die Franchise eher Buyer sein oder eher Seller an der Trade-Deadline ich glaube sowas zu sagen ist immer sehr schwer und ich kann mir auch gut vorstellen dass wenn du den GM jetzt gerade hier hättest dass er dir keine genaue Antwort geben könnte weil oft ist dann das Konstrukt so was kriege ich für diesen Spieler oder was müsste ich hergeben für den anderen Spieler ich glaube da kommt es dann immer drauf an so okay haben wir Verletzungen haben wir also ich kann mir vorstellen wenn sich jetzt noch ein O-Liner verletzt oder so dass wir dann vielleicht einen O-Liner irgendwo herholen oder so also ich glaube da ist nichts also zu weit hergeholt oder irgendwas aber es ist natürlich auch schwer zu predikten ich habe gesehen dass wir von Capspace glaube ich noch relativ viel übrig haben im Vergleich zu anderen Teams deshalb anhand von der Information vielleicht eher Bayer ich weiß es aber nicht genau in jedem Fall alles was mit Trades zu tun hat vielleicht dann auch wie das in der Vergangenheit gehandelt worden ist wie das jetzt mit Monty Ossenfort ist alle Einschätzungen Bewertungen und dergleichen die gibt es dann in anderthalb Wochen an dieser Stelle bei Winterday Football O'Clock und es ist immer wieder schön auch vor Publikum von dir zu hören einem echten NFLer in oder österreichischer Prägung so ist es richtig deswegen freue ich mich jetzt schon auf den Termin freue mich dass du überhaupt Zeit genommen hast weil es vor den Game Days natürlich auch mit deiner Zeit extrem knapp ist immer wieder schön von dir zu hören immer wieder schön mit dir über American Football zu plaudern danke einstweilen und wir sehen uns spätestens dann kommenden Sommer beim Werner-Zeikowicz-Camp in Salzburg das wäre geil hat mich auch gefreut ich sehe zwar leider nicht ins Publikum und ich habe auch nicht anhand vom Klatschen am Anfang ausmachen können wie viele Leute da sind aber ich freue mich über jeden Einzelnen der da ist und ich finde das auf jeden Fall sehr cool dass du das so auf die Beine gestellt hast und freue mich schon aufs nächste Mal bis ins Spiel what bis ins Spiel 2 bis ins bis ins Spiel Vielen Dank.